ok ich kann die drehen ich wusste nicht dass ich die drehen kann ja jetzt leuchtet es auf blau jetzt leuchtet es nicht mehr darauf warum leuchtet jetzt nicht mehr da rein ich im weg mal rein guck mal rein mal rein abgebrochen da guckt jetzt auf lau was im grunde kai du hast wo es rein leuchtet keine spiegelfläche mehr wo es abgelenkt wird das licht wieso nicht es leuchtet im grunde in ein schwarzes loch es soll doch in blaue rein leuchten er macht ja gerade nicht drehen weil er muss er muss das licht aber da rein wo du rein guckst und du deinen denn jetzt leuchtet es auf blau ja dann gehen wir mal zu blau leuchtet doch gar nicht weiter okay ist egal wir laufen zu bau wir bauen zu blau irgendwie habe ich jetzt einen anderen weg das ist nicht blau das lila klack 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 schon zu weit ja das sieht wohl so aus nein ich muss darunter will darunter lass mich darunter ab mit dem kopf ich glaube dass da oben war blau oder da bin doch zu weit das ist wenn ihr recht habt das lila ist dafür sind wer da ist gelb ein ist doch nicht blau ist doch blau geht es doch aber nicht blau das ist rot da ist da drüben dann war ich nein dann bin ich falsch da ist da drüben darüber muss ich also bin ich doch richtig gelaufen immer mit profis darüber hier war blau ist grün verdammt war das blau ist rot verdammt also wenn das der anfang ist dann leuchtet das nach das grün in zum kuckuck blau du bist dran vorbeigelaufen du bist noch mal ganz zurück da bin ich jetzt das orange das gelb lila hier bin ich auch nicht richtig noch weiter zurück du musst über über das geld müsste drüber laufen um zurückzukommen weg da die küsse wieder runter hinter hinten denn da hinterher hinter die schuldigung lila schuldigung lila also doch lila da hoch wieder ja bei lila und dann da die küsse runter ja gut dann laufen wir die küsse runter hier blau ist rot noch nicht blau doch da war blau wo da komme ich nicht hin verdammt wieder runter dann ist hier blau noch nicht da ist blau ok da guckst du wieder in match das musst du drehen damit ja aber aber das leuchte das leuchtet zu mir ok ok es leuchtet jetzt in grün grün war da hinten jetzt habe ich dahinter laufen jetzt eigentlich richtig und was war richtig gibt es eigentlich nur eine richtung aber beziehungsweise eine farbe von jeder zu ja 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 ok es gibt nur einen spiegel da drin der der so über ein kreuz so ein das ist falsch auch das macht es dann einfacher das richtig ja wo leuchtest du jetzt sind und er war dann runter zu rot siehst du musst nicht mehr hier auf die ecke rot leuchtet wo hin darüber da wollen wir nicht hin schon wieder auf mich wo leuchtest du hin das ist die falsche seite du musst von der seite wo es rein leuchtet gucken also von der seite genau gelb gelb also wieder runter das zweite gelb habe ich schon hier ja darunter weiß damals konnte man nicht viele farben darstellen aber im zweiten farbton oder noch ein farbton hätten sie ruhig hingekriegt so gelb geht so wie wir noch eins weiter darüber okay das könnte auch rot sein leuchtet mir wieder ins gesicht wahrscheinlich nee es leuchtet jetzt zu rot okay jetzt ist es rot dann war es ja gleich auch geschafft der viel ist ja nicht mehr und rot leuchtet moment noch nirgendsinn doch derzeit leuchtet ist das bloß nicht du guckst immer von der falschen seite rein jetzt leuchtet also das leuchtet jetzt auf auf ein spektral jetzt macht das regenbogen genau auf einen komischen auf dieses komische gerät was du da hinten als mensch identifiziert hast okay der mensch ist ein gerät der pinguin ist ein mensch ist ein gerät der pinguin ist der gerät und da wollte schon nicht hin wieder runter und schnell wie komischen zu den pinguinen naja besser der pinguin ist seine gerät als der pinguin mit dem gerät naja pinguin ist echt wie aus wie ein pinguin da vor allem mit der schnabel da aber war das nicht leuchtet das nicht eigentlich richtung hier knochen mit mit tür ja genau ja wie komm ich da hin das mal ein problem das war die tür wurde für die kugel reingestoßen hast jetzt bin ich an dem gerät kann schon am gerät was machen das gerät jetzt gehen wir an die tür gegenbogen nicht an dir was machen will an dir was machen aber wir gucken lässt mich nicht hin wenn ich noch mal auf das gerät gucken irgendwas stimmt doch nicht ich schaue auf die tür noch mal auf die tür das sind knöpfe und das ist nicht der ernst ja und da habe ich verschiedene knöpfe kann ich knöpfe drücken ja hilft mir nicht was für die richtigen farben in der richtigen reihenfolge klicken auch eine folge wie du sie getroffen hast das war als erstes gelb ja ok gelb gelb blau blau grün gelb rosa rot ich glaube rot war es noch das stimmt rot gelb rosa rot aha es ist ein da nehme ich meinen kommentar mit dem zusätzlichen farben wieder zurück wie wie ist das wie hieß der 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 sagt sam sagt ne das ist doch dies hier ist ein hebel jetzt genauso aus wie vorher der andere raumt unten ja super noch mehr so scharfe dinge bei dem knopf in der mitte schon immer so ein schräg ding drin glaube nicht glaube nicht im ersten dreieck das ist wirklich alles das dreieck ist auch auf dem boden scheint irgendein symbol zu sein also mal mal dieses symbol bitte ab und wenn ich ich mache mal ein foto davon kamera action kamera action ab fotografiert so und dann möchte ich bitte einmal diesen knopf es ist ein kleeblatt mit einem strich von links oben nach rechts unten zum vergleichen falls wir noch mehr solche finden ja jem knopf aktivieren sie bitte hast du eigentlich bücher habe ich bücher ja ich habe zwei bücher ja ich habe ich habe ich habe bücher und da ist ganz viel text drin ganz viel text aber ich komme gerade nicht dran keine hinweise oder sowas bestellen drückt die linke maustaste bringt die linke maustaste rechte naja dann kommst du aus der 360 grad also ich will jetzt nicht sagen dass vielleicht da hinweise drin sind aber vielleicht sind da hinweise drehen also aber guck dir diese diese wall of text an also ich glaube das ist wie im ersten teil also solange da keine bilder drin sind will ich die nicht lesen ja das sind bilder da sind aber nicht viele da aufzeichnung einige warten mit dem dicken langen staub verdeckt aber die stunden ist damit verbracht die durchzusehen waren wir kaufen okay das bringt mir jetzt noch gar nichts dass das zweite rechts daneben ist das auch noch ein zweites buch ja nicht aber die zivilisation sein wenn ich dann nicht auf den kommentieren bis jetzt hilft mir das mal nichts zivilisation am besten entwickelt kann ich fürchte ich brauchte blablabla dann noch irgendwas wichtige zeichnung oder so sonst waren keine zeichnungen und dann gehen wir auf das andere okay es ist verbracht alles ist bereit für arthur's ankunft heute werde ich unter den geistern schlafen morgen dann werde ich und hannah besuchen wenn ich wieder er werde ich sein buch mitnehmen mögen die geister meines volkes mich bei dieser aufgabe begleiten ich mir nicht ich fand ein weg den scanner neu zu programmieren ich muss dazu teile von einem anderen mechanismus muss im stoßzahn ergattern aber ich glaube die geräte können immer noch per hand bedient werden ja klar können die per hand bedient werden das sind wahrscheinlich die komischen knubbels die ich da bewegen kann das ist ja im stoßzahn du warst ja eben im stoßzahn deswegen sag ich ja das sind diese knubbels sich bewegen kann bla 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 was ist das da sind noch mehr zeichnung dabei darum freuen jetzt ruhig mit diesem große großstoßzahn looking ich finde den weg da über blablabla. Ich glaube, das brauchst du später. Ich glaube, das hilft mir alles gar nichts erstmal. Geh mal doch ganz an den Anfang. Nö, das ist der ganze Anfang. Okay. Aber es waren ein paar Zeichnungen drin. Ja, die mir aber auch nicht helfen. Wunderbar. Ich habe hässliche Zeichnungen, hässliche Bücher. Ich komme jetzt zum Pinguin, aber ich weiß trotzdem nicht weiter. Ah! Okay, jetzt. Ah ja, genau. Das waren diese pfeifenden Dinge da. Was hilft mir da? Was hilft mir der pfeifende? Was helfen mir diese Sachen? Pfeifen dabei, ein knarzender Brücke. Mehr Wind über dem... Irgendwas. Mehr Wind über dem Ozean und zweimal schon. Ja. Ach, guck mal, was hat die denn hier? Das ist das Untergeschoss von dem Turm. Ja, das lustige ist, ich kann hier draufdrücken. Dann geht das hier auf. Aber wenn ich jetzt... Das habe ich schon geöffnet. Dann war ich hier drin. Ich komme mir immer noch nicht... Ich komme mir immer nicht weiter, weil ich habe da zwar den Aufzug, aber da bin ich dann oben in dem Raum, wo ich nicht weiterkomme. Weil er dreht dich nicht. Der Aufzug, oder? Ich weiß nicht, ob der mich nicht dreht, aber... Ich will ja nicht, ob der mich nicht dreht, aber auf jeden Fall tut er nicht das, was er tun sollte. Er zieht einfach nicht. Er aufzieht nicht. Guten Abend, Lava. Na doch. Guten Abend. Moin. Hallihallo. Volle, ja, ja. Auch wenn du wahrscheinlich schon da warst. Raivo war schon die ganze Zeit da. Raivo gehört zu Ihnen in eine Richtung. Das stimmt. Weil ich dich hier raus. Ich darf nicht. Da läuft dieser dumme Kauz rum. Mann, die Tür auf. Das bringt mir nichts. Muss ich wieder runter. Hier ist nichts. Komm nicht raus. Ich glaube, den Fahrstuhl musst du wirklich irgendwie drehen. Die Tür zeigt zur falschen Seite.